Hallo, ich bin's, der Matthias mal wieder. Heute gibt es bereits mein fünftes Unboxing. Und ihr werdet überrascht sein, was da rauskommt aus dem Karton. Bleibt dran, es wird spannend. Okay, dann werden wir mal den Karton öffnen. Dieses Mal ist es auch wieder von Insektenliebe. Und haben wir ja wieder mal eine Postkarte dabei. Und den Superaufkleber, den Asselaufkleber. Ist ja schon Kult. Und jetzt schauen wir mal, was unter dem Styropor ist. Das ist der Waldmoos zur Dekoration. Zwei Behörde voll mit jeweils einem Liter. Und dann geht es weiter. Jetzt wird es spannend. Schaut mal, was das ist. Das ist eine Drachenkopf-Kampfgrille. Lateinisch Cosmoderus femoralis. Ich werde das Tier jetzt in sein Terrarium einsetzen. Und dann gibt es noch wunderschöne Aufnahmen von meinem neuen Mitbewohner. Ich möchte mich auch gleich verabschieden. Vielen Dank fürs Reinschauen. See you later, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020